Ja hallo der Dirk von Camp Nation hier aus Dänemark aus dem Robens Showroom. Ich präsentiere euch hier kurz im Überblick die neuen Tipis von Robens. Nach dem unfassbaren Erfolg von dem Kiowa letztes Jahr bei uns im Showroom werden wir uns dieses Jahr einige Modelle mehr von Robens im Tipi Bereich hinstellen. Einmal hier das Chinook Osa und das Clondike. Das Clondike gab es schon die letzten Jahre, dieses hier ist neu. Das besondere an den Tipis hier ist, dass wir einen Baumwollmisch Gewebe haben, also sprich aus 35 Prozent Polyester und 35 Prozent Baumwolle und zudem es noch Ripstop Stoffe sind, das heißt die nicht so schnell reißen. In beiden Zelten kann ich wie ihr es hier seht Öfen einbauen und damit ist das Zelt auch für den Winter geeignet, wenn man das mal ausprobieren möchte. Wir haben es mal live getestet bei uns auf der Roadshow, es funktioniert wirklich gut und die Öfen taugen definitiv dafür das Zelt auch bei kalten Temperaturen in der Situation aufzuheizen, dass man es dort gut aushalten kann. Wenn ihr mal hier mit reinkommen möchtet vielleicht. Wie ihr seht sind die Zelte relativ großzügig gehalten, das heißt ich kann hier mit vielen Personen Campingurlaub machen. Es gibt für die Zelte optional eine Schlafkabine, die aber hier nicht unbedingt notwendig ist. Wenn ich hier mit vielen Leuten schlafe entsteht logischerweise auch Wärme und dann fragt man sich, wo belüftet man hier dieses Zelt. Dafür haben wir hier im oberen Bereich des Zeltes die Belüftungen. Ich habe hier ein rotes Seil und wenn ich an diesem roten Seil ziehe, öffne ich hier im Dachbereich das Tipi eben und die warme Luft kann nach oben abströmen. Bei allen Tipis von Roms kann ich den Boden komplett mit einem Reißverschluss rausnehmen. Das heißt, wenn ich hier lange Standzeiten habe und möchte mir generell nicht das Zelt versputzen, wenn ich es abbauen möchte, baue ich eben erst das Zelt ab, indem ich den Boden aussippe, lasse den Boden liegen, baue auf dem Boden, packe ich das Zelt zusammen und packe den Boden später ein. Der Vorteil dieses Zelt ist es definitiv das Packmaß. Das heißt, wer ein Baumwollmischgewebezelt haben möchte, aber nicht so viel Platz im Auto hat, hier ist es wie gesagt nur das Zelt und drei, vier Stangen. Der hat hier ein perfektes Zelt, um mit vielen Leuten Camping zu machen und obendrein ist es natürlich ein besonderes Erlebnis, in so einem Zelt überhaupt Campingurlaub zu machen. Im Zubehörbereich gibt es hier noch den Teppich, den ich dabei bestellen kann, die schon erwähnte Schlafkabine, wenn ich die haben möchte, den Ofen und auch das Tuch für unter den Ofen, um eben den Teppich nicht zu beschädigen durch die große Hitze, die entsteht, wenn der Ofen genutzt wird. Ich hoffe, das Tipi gefällt euch. Wir werden auch zwei Tipis mit auf der Roadshow dabei haben. Die Termine findet ihr unter campnation.de und da werden sie nebeneinander stehen und dann kann man mal schauen, wie das Erlebnis in so einem Tipi ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Tschüss!